Alle Informationen, die von erdbeobachtenden Satelliten gesammelt werden, sind aus den Wellen des elektromagnetischen Spektrums abgeleitet. Grund genug, sich diese elektromagnetischen Wellen und ihre Eigenschaften einmal genauer anzuschauen. Der Name verrät es ja schon. Elektromagnetische Wellen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Einem sich ständig ändernden elektrischen Feld und einem sich ebenso ändernden magnetischen Feld. Beide setzen sich in die gleiche Richtung fort und stehen senkrecht zueinander. Diese elektromagnetische Welle kann durch ihre Wellenlänge, ihre Frequenz und ihren Energiegehalt beschrieben werden. Schauen wir uns zunächst die Wellenlänge an. Punkte auf der Welle gleichen sich bezüglich ihrer Lage. Ganz offensichtlich wird das an den Wellen kämmen und den Wellentälern. Im ständigen Auf und Ab der Wellenbewegung sind diese Punkte im Grunde gleich. Man sagt auch, sie haben die gleiche Phase. Der Abstand dieser Punkte gleicher Phase ist die Wellenlänge, die wir mit jeder Einheit zur Längenmessung von Kilometern bis zu Femtometern beschreiben können. Die Frequenz wiederum gibt an, wie schnell sich ein periodischer Vorgang wiederholt. Im Falle von Wellen bedeutet das, wie oft wiederholt sich die gleiche Phase pro Zeiteinheit. Die Einheit Hertz beschreibt dieses Verhältnis als Phasenwiederholungen pro Sekunde. Elektromagnetische Wellen benötigen kein Medium wie Luft oder Wasser, um sich auszubreiten. Gase oder Flüssigkeiten verlangsamen sie sogar. Nur im Vakuum breiten sie sich ungehindert aus und zwar mit einer Geschwindigkeit von knapp 300.000 km pro Sekunde. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Jede Welle, ob kurz oder lang, bewegt sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit fort. Für die Frequenz bedeutet das, sie muss mit abnehmender Wellenlänge ansteigen. Denn die gleichen Phasen liegen bei geringerer Wellenlänge enger aneinander und müssen einen bestimmten Punkt, ebenso wie längere Wellen auch, in Lichtgeschwindigkeit passieren. Wellenlänge und Frequenz entscheiden aber auch noch über eine weitere Eigenschaft elektromagnetischer Strahlung. Denn mit zunehmender Frequenz und abnehmender Wellenlänge steigt der Energiegehalt der elektromagnetischen Wellen. Das beweist uns ein ganz alltägliches Phänomen. Denn der Sonnenbrand, vor dem wir uns schützen, ist die Folge von Zellschädigungen in unserer Haut durch energiereiche, kurzwellige UV-Strahlung. Aber warum nimmt die Energie zu? Nun, diese Frage ist die Eintrittskarte in die hochkomplexe Welt der Quantenmechanik. Versuchen wir es dennoch einfach zu halten. Quanten sind die minimalsten Bausteine des Universums. Auch Licht besteht aus solchen Lichtquanten, die wir auch Photonen nennen. Wie wir wissen, breitet sich Licht wellenförmig aus. Das ist experimentell nachgewiesen. Photonen allerdings verhalten sich wie Teilchen und können zu einem bestimmten Zeitpunkt nur an einem Ort sein, was unserem Modell von der kontinuierlichen Lichtwelle widerspricht. Ob Lichtquanten Teilchen oder Wellen sind, ist im Grunde nicht zu beantworten. Sie sind beides. Und je nachdem, wie man sie misst, eben nur das eine oder das andere. Wir stellen sie hier als beides dar und liegen damit natürlich falsch. Zum Glück ist für uns eigentlich nur ein Zusammenhang wichtig. Die Energie, welche die Photonen tragen, ist umso größer, je höher die Frequenz der Welle ist. Ein rotes Lichtphoton trägt also weniger Energie als ein blaues. Also steigt mit zunehmender Frequenz auch der Energiegehalt der Welle. Jede der Eigenschaften Wellenlänge, Frequenz und Energie bestimmt darüber, an welcher Stelle ein Teil des elektromagnetischen Spektrums für Umwelt und Mensch relevant wird. So kann nur die hochenergetische, kurzwillige Röntgenstrahlung unseren Körper durchleuchten. Wärme wird in den Wellenlängenbereichen des thermalen Infrarot abgestrahlt. Und unsere Augen sind auf die Wellenlängen des sichtbaren Lichts angewiesen, um Farben wahrzunehmen. Wenn nun Satelliten uns zum Beispiel ein wiedererkennbares Bild unserer Erde liefern sollen oder die Temperaturen der Oberfläche messen, müssen ihre Sensoren eben diese Bereiche des elektromagnetischen Spektrums aufzeichnen, die Träger dieser Information sind.